Ah, jetzt, okay. So 7 gegen 7, ja. Sehr schön, vollkommen voll. Dann müssen wir halt nach jedem Match, müssen wir aber so schnell wie möglich wieder in dieselben Teams zusammen. Mhm. Oh Gott, du hast Kira mit, warum hast du Kira mit? Die Schrotflinten-Tante ist ja einfach nur scheiße. Äh, ne, das waren halt Kira, die, äh... Nichts für uns, die... Kira hat doch keine Schrotflinte, Aura hat doch die Schrotflinte. Aber ich meine ja auch Aura. Ähm, ich... Ich meine ja vor allem auch dich, Sascha. Ich mag die. Ach, jetzt geht das schon wieder los, dass mir Meto einfach meine ganzen Kills wegnimmt. Hilfe! Ah! Die Offensive kämpft da oben, sehr geil. Lauf weg! Ach, da oben sagt mir jetzt einer. Oh, oh! Cooler Medic, sehr cooler Medic. Da sind welche... Da. Da gleich. Die... Die sind da drin. Ich brauch'n Sunny. Ziemlich dringend. Ich komm rüber. Ja, ich weck... Ich wechsle gleich, wenn nicht. Ja, ich auch. Dann nachher, aber... Ich hab' ne Runde Medic packt. Mann! Trank. Achtung, Meto hier direkt im Ecke. Meto hier oben ist. Wo unten? Drei Stück. Eine hab' ich. Von unten zusammen. Scheiße, den nächsten krieg ich auch noch. Ist tot. Sehr gut. Na, ich wechsle jetzt mal eben auf den Medic. Oh, die stehen ja alle zusammen, alle vier. Ich hab' jetzt oben hier die Brücke gecleared, aber wir haben da offensichtlich... Sehr gut. Abgestochen, wunderbar. Ich decke hier mal oben ab. Die müssen ja so oder so zu diesem blöden Eevee. Aber den haben sie fast repaired, oder? Wir verteidigen ja. Ach. Ich wollte die ganze Zeit hin und das Ding reparieren. Einer sitzt im Geschütz drin. Achtung, Meto. Rechts von. Ach so, ich hab' ja Mun. Ha. Ich kann ja Munition hinschmeißen. Wow. Aber verdammtes Ding fährt. Ich hab' das Gefühl, unser Team besteht nur aus, äh... Ich bin tot. Oh, ich hab' mich selbst geschossen. Das ist immer sehr praktisch. Ja, mit dem Airstrike hab' ich das Eevee eigentlich kaputt machen wollen. Ich hab' das Gefühl, unser Team besteht nur aus Heilern. Ja, ist doch gut. Obwohl, nö, dann geh' ich... Dann mach' ich jetzt mit dem... Munitions-Typen weiter. Meto, ich versuch', dass ich zu dir hochkomm'. Äh, ich bin grad' down. Ich wechs' jetzt mal auf die Kira, die ist so auf der Brücke ganz gut und mit dem Laser ist auch nicht schrecklich. Ja, auf dem Orbital Strike. Wie. Und ich hab' auch. Oh, ich... ich zieh' die Barrikade hoch. Boah, ich verreck' hier grad. Wenn ich hier einen... Ich müsste meinen Loadout gleich ändern. Boah, wir haben hier einen Sniper. Sehr süß. Mann, Combat Assist. Fuck you! So, steht da noch einer drin? Nö, alles tot. Sehr schön. Okay, Barrikade ist... Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Die kommen jetzt von hinten da durch Ah, Schock dann, von hinten Hab mein Airstrike irgendwas getroffen? Ja, einen hast du gekillt Sehr schön Achtung, ist noch einer Hab einen Wer haben wir noch? Hier ist Sunny Ich, ich, ich Brauch' mal nen Mad Pack Ah ne, das bin ich nicht, ich hab das andere Ah verdammt Ich versuch' dich aufzustellen, wenn ich die irgendwie überleb' Die Kollegen hier Ah, ich respawn Ah fuck, ne die haben nicht So, dann geh' ich jetzt aber auch mal zum Sunny über Ja, ich spiel' jetzt auch noch mal ne Runde Moment, weil ich gerade oben da brauch' mal ne Zwinge zählen Ja Ist er eigentlich vielleicht Ja, das Problem ist Also meine Healing Station steht hier in dem Übergang Ich bevorzuge persönlich Mad Packs, ich find die echt effizienter Ich auch, aber ich hab' noch keinen, der einen Mad Pack hat Ist das doch grade noch für Rotation Caregum ist der Ja samm pushed Kommkankom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom-kom- warum? He-he-he-he-he-he-he- chats, der an dem C4 rumgestoppert hat Ja Eine Sekunde hätt ich noch gebraucht Schafft's einer von euch hin? Fuuuuck, ich überleb' das nicht! Arrgh! Scheiße! Komm, ich hab's doch fast zu schärft! Irgendwer! Wir haben nur eins, zwei, drei Heiler, haben wir im Team. Jaaah, ich bin einfach reingerannt und hab's entschärft! Steht das EV eigentlich? Ja, weil die Barrikade oben ist, drum wird ich das ja unbedingt entschärft. Ah ja. Wow! Jetzt müsstest du ja nochmal extra 50 Sekunden warten, bis das nächste T4 explodiert. Boah, da kommen welche. Ja. Ah, das ist ja Sache. Ich schmeiß dir mal Health hin. Danke. Da steht einer und repariert. Ich versuch den jetzt mal. Sehr gut, erwischt. Oh! Fuck. Von vorne. Schau, dass das zippt du das. Nein, nein, das zünden sie. Ist irgendeiner von euch, ähm, Moon mit, oder? Äh, ja. Ja. Warte, ich hab ne Ammo Station. Ja. Dankeschön. Oh, fuck. Da kommen sie. Kommen sie. Kommen durch die kleinen, den kleinen Tunnel hier. Ich schaue, dass ich nochmal die, äh, Barrikade, wo sie übern skippt. Oh, ne. Kann man halt nochmal starten. Oh, shit. Wow. Uh. Ich hab doch Airstrike direkt. Oh, da ist. Oh, fuck. Ich renne auf die Straße und dann sind da passiert. Gott, der Mann hat ja so scheiße gespielt jetzt. Oh. Oh. Naja, ne. Das ist, glaub man. No way, naja. Vielleicht. Zweieinhalb Minuten noch. Boah, ja. Hat irgendjemand, äh, n Heilpakt dabei? Äh, wo bist du? Ich bin hier in dem Tunnel, äh, in dem Bridge-Ding hier. Ach, vergammt. Ich stell Meto wieder. Oh, ich stell Meto nicht wieder auf. Vergesst es. Ich bin eh zu uns. Ich bin eh tot. Ich bin eh tot. Äh, scheiße die... Oh, Sniper. Ach komm. Der Orbitaler ist das einfach doof. Entschuldigung. Entschuldigung. Oh, jetzt sind die da durchgekommen auch noch. Ich zieh mich mal zurück. Da hinten eingraben. Ich grabe nicht hier ein. Sollen die kommen? Sollen die versuchen? Ach, ich wollte dich schon wieder spotten und drücke Q. Was bist du gerade? Sunny. So, ich komm jetzt auch. Hier hin. Meto, ich glaub du stehst ja hinten im Labor, oder? Äh, vorne an der... Uh, da kommt schon der erste hin. Einer ist schon durch. Zwei sind durch. Fuck. Ich bin down. Ah, fuck. Die sind im Labor. Das sind drei Stück. Mein, der rennt... An meiner Leicht. Ich lebe wieder. Das erste Päckchen ist raus. Ich schau mal, dass ich sie vielleicht noch abfahren kann, aber ich glaube, dass ich es schaffe. Mäh. Sie haben das Objektiv gemacht. Sie lassen sie das blöde Objektiv machen. Draußen steht ein Sniper, also da können wir jetzt auf jeden Fall schwierig raus. Ach, dammit. Wo? Keine Ahnung, ich kenn die Map doch nicht. Die sind schon wieder drin. Verdammt. Mann, komm, jetzt bin ich natürlich wieder... Jetzt hab ich keine Muni mehr genau dann, wenn ich's brauch. Beide auf 10% runtergeschossen und dann ist das Magazin weg. Ja. Oh, crap. Das ist bekannt. Wenn das Team halt mal treffen würde. Ja. Ja. Vorbei. Ah, gut. Verdammt. 15,8? Jawoll! Läuft! Camper. Unser Bester. Alles Skill. Unser Bester setzt sich ein bisschen ab von den Punkten her. Oh. Dezent. Wie er das gemacht hat, ist mir auch nicht... klar.